So, wir testen hier einmal den Kaffee Grinder von iCook. Diesmal mit Nüssen allerdings, da man die dann ganz praktisch in den Plätzchenteig machen kann. Man kann das Ganze draufstellen und dann anschalten. Man kann das also nur anschalten, wenn dieser Schutzdeckel drauf ist. Wir nehmen jetzt einmal hier, rasten das ein. Den Deckel drauf.